weiter geht hier in der nützinger fight night ja direkt mit richtig viel action auf der waage gewesen 85 kg haben es beide mit 84,8 und 84,9 gut getroffen reichweitenvorteile auch nur minimal für max heberle mit 1,87 m pavel stronski mit 1,83 m also minimal vom alter her ja max heberle bisschen älter bisschen erfahrener mit 28 jahren und 22 von der kampfbilanz auch relativ ausgeglichen es ist der zweite kampf für pavel stronski und der dritte kampf für max heberle beide konnten ihre kämpfe bisher gewinnen und dann schauen wir mal wie das heute abend hier in lüttingen ausgehen wird schon aus als würde max heberle hier ziemlich mit der kondition zu kämpfen haben es auch einen wirkungstreffer gegeben also habe ich jetzt nicht wirklich gesehen aber ich hatte kurz den eindruck er ist auch gefährlich wie er sehr mit dem kopf nach unten geht und auch seine hände nicht mehr oben hat jetzt schon in runde 1 ist gefährlich und wenn er da jetzt nicht aufpasst dann dann wird der kampf hier nicht bis zum ende durchgeführt werden da ist er weggerutscht kein wirkungstreffer von kabel also das war die erste runde es sind insgesamt drei runden angesetzt zwei minuten da muss max heberle jetzt natürlich schauen wie er da zurückkommt es sieht konditionell zumindest so aus als wäre da ziemlich angeschlagen und auf der anderen seite ja habe stronski ab und auch tief durch aber das sah noch ein bisschen lockerer aus und da bin ich jetzt sehr gespannt auf runde zwei da sind die deckung die deckung ist sehr sehr früh schon runtergegangen und das ist gefährlich auch in der gewichtsklasse da muss man nur einmal richtig durchkommen und dann ist der kampf beendet da muss er aufpassen der max heberle ich hoffe sein trainer gibt ihm das jetzt auch weiter das wird er auch so machen ist auch ein bisschen der frage frage der erfahrung wenn man in den ring steigt ja es ist jetzt sein sein vierter dritter kampf heute das ist noch nicht erfahrung genug gesammelt es ist eine große anspannung da rein zu gehen da muss man schauen dass man nicht verkrampft dass der atem fließt und dass man luft bekommt und nicht zu viel gas gibt am anfang sich den kampf richtig einteilt aber leichter gesagt als getan das wissen die jungs das wissen sie beide aber das dann auch umgesetzt zu bekommen ist dann immer die andere seite der medaille wir gehen in runde zwei und pavel sucht sofort den vorwärtsgang und sieht man auch hier die deckung ist wirklich nicht gut da muss er arbeiten dran ganz 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 dringend da muss er aber in der max er ist nicht vorhanden wieder weggerutscht sagen wir auch ein bisschen nach tiefschlag aus das geht direkt weiter beide nicht so sondern nicht gut mit ihrer deckung mit dem körper treffer ihn ein bisschen aus der ruhe zu bringen technisch auch nicht so sauber wie hier zum beispiel der kampf von charlie glaser vorwärtsgang jetzt kämpfen beide auch mit der kondition auch von pabbel die arme hängen runter es ist auch bei ihm kaum noch deckung da müssen beide noch ja da müssen beide noch dran arbeiten konditionell und auch definitiv wenn sie sich die kämpfe anschauen werden an ihrer deckung wenn man in dem fall noch von einer deckung sprechen kann weil es ist max heberle nimmt seine arme gar nicht mehr hoch aber auch pabbel atmet sehr sehr tief das werden werden noch mal lange sekunden jetzt am ende und dann kommt ja auch noch die dritte runde beide jetzt schon stehen k.o. fast mal gucken wer die initiative noch mal ergreift und versucht hier das muss man aber jetzt auch wirklich max lassen er hat den willen er hat den ehrgeiz und versucht jetzt auch noch mal nach vorne zu marschieren will hier hier sich nicht die butter vom brot nehmen lassen und die noch mal fußfeger angesetzt ja schwer zu bewerten schwer zu bewerten technisch gibt es auf jeden fall verbesserungspotenzial das wird der lange lange harte runde für beide kämpfer das ist schon wirklich nicht ohne man kann das schnell unterschätzen was zwei minuten bedeuten können und in der dritten runde ja dann die anspannung jetzt noch hat und keiner von beiden kämpfern hat sich da jetzt großen vorsprung erarbeitet ich denke das wissen auch beide trainer das ist jetzt auch die ansage jungs wenn ihr den kampf gewinnen wollt ja dann gibt jetzt gas dann holt jetzt alles raus sonst ist der kampf verloren also das sagen sie nicht mit verloren weil wir ja motiviert bleiben aber die die richtung ist klar beide müssen jetzt versuchen hier eine entscheidung herbeizuführen habe auch jetzt noch mal vollgas man muss mal gucken ob sich das dann ob sich das dann nicht noch negativ bemerkbar macht er muss die zwei die dritte runde komplett durchgehen wenn man am anfang schon die körner voraushaut ich wir werden sehen ja wir werden sehen er kommt auch was was max helberle richtig macht er geht immer wieder auf den auf die beine versucht hier einen feger anzusetzen und kommt damit auch immer wieder durch er nimmt ihn immer wieder aus dem rennen schiebt ihn zu boden schickt ihn zu boden auch wenn es keine klaren treffer sind aber das bringt natürlich aus dem konzept schieben ist natürlich auch nicht erlaubt da müssen die jungs noch ein bisschen an ihrer technik arbeiten aber das kommt alles mit der erfahrung das kommt mit den sparring kämpfen das kommt mit den kämpfen und wie gesagt von außen ist das dann auch immer leichter zu sagen da im ring dann zu stehen und das alles umzusetzen ist dann noch eine andere sache aber die jungs sie wollen kämpfen und dann gehört es mit dazu man muss an sich arbeiten man muss versuchen sich zu verbessern den willen den haben sie beide den ehrgeiz haben sie beide und das ist auf jeden fall das was man braucht um dann weiter zu kommen soll jetzt aber wer schafft es noch mal hier klare treffer zu landen den kampf für sich zu entscheiden also das hätte ich jetzt nicht gedacht dass max heberle sich da so gut erholt ist seine erste und wirklich nicht danach aus aber er hat dann ab der zweiten hälfte der zweiten runde hier den vorwärtsgang gesucht und konditionell auch noch mal eine schippe draufgelegt auch wenn das problem mit seiner deckung immer noch bestand hat ist da wurde nicht damit bestraft und jetzt auch glücklich dass sie den kampf beide durchgezogen haben die drei runden überstanden haben jetzt bin ich sehr gespannt auf das urteil haben sich hier nichts geschenkt und das ergebnis kämpfer mit 2 zu 0 geht der kampf und der sieg in die rote ecke und somit an paren strontzky so muss das sein fähre geste beide jungs von hier versucht den kampf zu entscheiden haben voll was gegeben wir sehen sie sicher wieder bringen die kampf Vielen Dank. Auf ein guter Kampf für die Leute, für die Zuschauer war es schön. Weiter geht's.